Ach, es nervt mich wirklich Hardcore. Es nervt mich wirklich Hardcore jetzt. Eyo, was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Glazed. So, wir sind immer noch hier in diesem Epognito-Korridor. Jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwie einfach raus hier. Komplett an der Tür vorbei. Okay, okay, okay. Perfekt. So, hier haben wir Penthouse-Key. Das würde mich auch mal interessieren, was wir da im Penthouse alles holen können, aber auf Raubzug angelehnt. So, gegen Kaido kämpfen wir jetzt auch direkt. So, und zwar startet er mit Poundoom. Vielleicht mal einen Dragon Dance rausfeuern. Egal, ich bin ein wahrster Pokémon. Rain ist an. Flamethrower macht trotzdem ein Drittel meiner HP. Etwa ein Drittel. Das kann es nicht sein. Oregon Z. Einem High Roll. Aber wir haben Rain an. Oder. war klar dass er das doch nicht schafft To be fair da hätten wir jetzt auch eigentlich auch noch einen Dragon Dance gehen können so jetzt müssen wir es ganz frech spielen was war mit Toxic Attack Miss oder warum immer dieser Attack Miss ist so unnötig wirklich Toxic kein Grid jawohl jawohl perfekt den Dig predicted und dann Earthquake eingesetzt dass er auch selber nicht Earthquake hat ist ganz komisch so perfekt jetzt können wir auf jeden Fall hier in die Arena rein so jetzt gehen wir in die Arena rein zack first one toll Statik nehme ich Bruder Reflect das bringt gar nichts auch Statik Kapitän weg komm räumt das Feld Jungs so komm du räumst auch noch das Feld dann sowas yes Tracking Dance Tracking Dance das ist der Fall recht recht so kurzer Heal ich werde jetzt mal wieder mit Influencer starten ich weiß nicht mehr was er benutzt aber ich habe Angst dass so ein Score gleich oder so ja ich werde jetzt gut deswegen so Dragon Dance hält jawohl Dragon Dance Dragon Dance so Waterfall zusammen drei Dragon Dances jawohl crit oh mein Gott wird wieder Dragon Dance ich glaube ich bin noch schneller oh mein Gott ich bin nicht schneller ich habe Speed 148 ich bin nicht schneller das ist hart das ist wirklich hart ich hätte drin bleiben sollen ich hätte drin bleiben müssen jetzt jetzt ist ein Vibe jetzt ist wirklich ein Vibe jetzt ist wirklich ein Vibe das ist jetzt Tox game oh mein Gott jetzt haben wir nochmal Glück gehabt sie hat kaum Defense Werte er hat dafür gute Defense Werte sie hat kaum Defense Werte er hat dafür gute Defense Werte jeden Power ist eine direkte Attacke ne ach es nervt mich wirklich hardcore es nervt mich wirklich hardcore es nervt mich wirklich hardcore jetzt es fackt mich wirklich nur noch ab dieses fucking Game Hidden Power natürlich hat es Hidden Power du kannst sowas nicht predikten es geht nicht wenn du die Wiki sagt einem ja auch nichts du kannst nichts predikten und du kannst dich auch nicht drauf vorbereiten es geht nicht ich hätte einfach mit äh Dings durchgehen sollen mit Garados aus solchen Fehler muss man lernen aber ich lerne nicht daraus ich werde diesen Fehler wieder und wieder machen zu denken komm ich wechsle und bin eh schneller nein zwei Dragon Dance Setups ich bin nicht schneller jetzt muss ich auch wieder ihn abgeben es nervt wirklich hart du kannst dieses Game nicht predikten es geht nicht du kannst diesem Game nichts predikten Kommt jetzt nicht irgendwo ein Trade Stone habe ich hier nicht irgendwo ein Trade Stone oder so so egal wir haben die Arena auf jeden Fall hinter uns ich würde sagen wir beenden dann noch die Folge komm Scheiß drauf bis zum nächsten Mal noch rein tschau 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 Outro